Es ist ja nicht mehr viel, was man kann. Man hat gerne den Garten auch noch. Wenn man sagt, wenn man nicht so viel im Buckelwerk kriegt, dann hat man auch den Garten oben etwas. Voriges Jahr hat man Lebpflanzen gebracht, und die anderen hat man noch andere Pflanzen gebracht. Dann hat man den Garten eigentlich etwas gesetzt. Dann kann man nicht mehr gehen. Wenn ich in ein Haus bin, dann war ich dunkel. Wenn ich außer bin, sieht die Helle. Das hat mich so geblendet. Ich hatte schon ein bisschen Schwierigkeiten mit den Leuten. Man wollte es vermeiden, damit niemand wohnt. Irgendwann nach Kirchen geschwind. Von Anfang, geschwind durch und wieder geschwind. Damit es mich nicht aufholt. Ich sehe. 1951 hat man gesagt, es ist ein Schneervorstzüge gemessen. Man hat 16 Meter Schnee gemacht. Und damals war es so, dass die Verbindung total auf den Höfe abgebrochen ist. Es ist so wichtig gewesen, dass drei Wochen und sie alle erzählten, dass niemand Heirisch käme und niemand mehr Fotokämmisch. Man hat das auch gehalten. Aber das war es so wichtig. Man hat das einfach gehalten, in der Geschwindigkeit, Und das war es so wichtig als ihr Schreie. Wirklichkeit. Untertitelung des ZDF, 2020